Hallo und herzlich willkommen zum SHK-TV-Magazin. Wir sind zu Gast bei Almes, einem der führenden Hersteller im Bereich Wasser- und Wärmezähler. Die Nähe zum Handwerk und die Ausrichtung zum dreistufigen Vertriebsweg stehen bei Almes neben marktgerechten Produkten ganz im Vordergrund. Wir sehen uns wirklich als Partner des Fachhandwerkers. Wir können nur gemeinsam erfolgreich sein und wir tun wirklich alles, damit der Fachhandwerker immer die richtigen Produkte in wirklich zuverlässiger Markenqualität zur Verfügung hat und diese kann er dann beim Fachgroßhändler seines Vertrauens jederzeit beziehen. Ein umfangreiches Serviceangebot an das Handwerk hat für Almes höchste Priorität. Der direkte Draht ist uns natürlich sehr wichtig. Wir können heute sagen, dass dies ein Schlüssel des Erfolges von der Firma Almes war. Wir haben seinerzeit vor über 30 Jahren angefangen tausende von Handwerkern im Markt zu schulen und diese Tradition haben wir im Grunde genommen bis heute fortgeführt. Das heißt, auch heute ist es unser Tagesgeschäft, Handwerker zu schulen, Seminare durchzuführen. Auf Messen suchen wir natürlich den direkten Kontakt zum Handwerker. Was uns auch sehr wichtig ist, wir haben eine telefonische Kundenberatung bei uns hier im Haus. Die wird im Prinzip rund um die Uhr von den Handwerkern genutzt. Und ein ganz entscheidender Faktor hier sind unsere Werksvertretungen. Wir haben im Markt 13 Werksvertretungen mit insgesamt 70 Mitarbeitern und diese Präsenz im Markt zahlt sich auf jeden Fall für uns aus. Die sind vor Ort beim Handwerker und können ihnen zu jeder Frage Antworten geben bis hin zu einer Inbetriebnahme von einer M-Bus-Anlage. Können Sie uns denn vielleicht mal ein ganz konkretes Beispiel benennen, wie Sie ganz nah am Handwerk sind, wie Sie das Handwerk unterstützen? Ja, es gibt ein sehr schönes Beispiel in der Tat heute. Es gibt ein neues Gesetz, so ganz neu ist es nicht mehr. Es gibt es seit 01.01.2009, das ist die Novellierung der Heizkostenverordnung. Vielleicht zwei Sätze dazu, die besagt, dass ein Mehrfamilienhaus, was eine zentrale Warmwasserbereitung hat, die Energie zur Erfassung dieser Warmwasserbereitung mit einem geeichten Wärmemengzähler erfassen muss. Das war früher nicht so. Diesen Anteil durfte man pauschal umlegen. Es ist eigentlich eine Gesetzgebung, die die Messdienste umsetzen müssen, weil es hier um die Abrechnung geht. Aber wir haben selbstverständlich den Anspruch über das Handwerk dreistufig, gerade bei der Montage der Wärmezähler, dafür uns einen großen Anteil zu holen von diesem riesigen Marktpotenzial. Der Klassiker dort ist, wenn wir anfangen zu informieren, ist, dass wir für die Handwerker Profi-News haben. In diesem Fall informieren wir einfach 1,5 Millionen Wärmezähler müssen bis Ende diesen Jahres eingebaut werden. Dann gibt es einen ganz kurzen Abriss bezüglich der Gesetzgebung und somit informieren wir eigentlich im Grunde genommen über den Handel an das Handwerk. Damit lassen wir aber den Handwerker noch nicht alleine, denn bei Gesetzgebung ist er natürlich nicht ganz zu Anfang so sattelfest, sondern darüber hinaus stellen wir ihm auch Kundeninformationen zur Verfügung, die er aus seiner Sicht seinem Endkunden geben kann, wo das nochmal kurz aufskissiert ist, auch plakativ für den Endkunden, dass er dies versteht. Und selbstverständlich geben wir ihm auch technische Unterstützung vor Ort über unsere Werksvertretung, zum Beispiel mit praktischen Auslegetabellen, welche Zähler müssen mit welcher Dimension dort eingebaut werden. Für diese Anwendung hat Almes maßgeschneiderte Produkte entwickelt. Das ist der Ultramax. Aus der speziellen Anwendung ergeben sich auch sehr spezielle Anforderungen an das Gerät, das zwischen Kessel und Speicher liegt. Einerseits an den Messbereich des Gerätes, andererseits auch an die Robustheit des Gerätes. Und daher haben wir uns entschlossen, auf ein statisches Messprinzip zurückzugreifen, sodass wir hier einen Ultraschall-Wärmezähler auf Messkapselbasis entwickelt haben. Messkapsel deshalb, weil wir natürlich auch nicht auf die besonderen Vorteile des Messkapselprinzips verzichten wollten, wie Montagefreundlichkeit und vor allen Dingen auch Montagesicherheit. Und diese Kombination aus neuster Technologie, Ultraschall und Messkapsel, hat diese Entwicklung auch extrem aufwendig gemacht. Und das können Sie auch heute daran absehen, dass der Ultramax heute der einzige Ultraschall-Wärmezähler ist, der im Messkapselprinzip am Markt verfügbar ist. Apropos Messkapselsystem, Herr Möhring, mit welchem Service unterstützen Sie Ihre Kunden eigentlich bei diesem Thema? Ja, Sie zielen auf das Thema Eich-Austauschmarkt hinaus. Und das ist ein Dauerbrenner, sage ich mal. Sie müssen sich vorstellen, der Eich-Austauschmarkt ist um ein Vielfaches größer als der Neubaumarkt. Und Herr Jönbeck hat es ja eben erwähnt, deswegen Messkapselsystem, weil es sehr montagefreundlich ist. Und wir unterstützen selbstverständlich auch dort unsere Fachhandwerker mit zwei wunderbaren Austauschbroschüren. Wir unterstützen sowohl einmal für Wasserzähler als auch für Wärmemengenzähler, die uns wirklich aus den Händen gerissen werden, weil der Handwerker hat die Möglichkeit, wenn er in ein Objekt kommt, was er nicht kennt, er findet irgendwelche Zähler vor, kann sie aber nicht genau identifizieren. Und diese Austauschbroschüre hilft Ihnen mit Bildern, mit genauer Bezeichnung aus verschiedenen Perspektiven, den Zähler erstmal zu identifizieren und zeigt ihm auch gleich auf, welcher Zähler, den er heute über den Fachkurshandel beziehen kann, passt jetzt in diese Installation rein. Damit wollen wir sicherstellen, dass auch die Dreistufigkeit an diesem gigantischen Markt partizipieren kann und es nicht nur letztendlich bei den Messdiensten bleibt, die ja die Abrechnung machen und deswegen sowieso in den Liegenschaften schon drin sind. Auch 2014 wird es neue praxisgerechte Produkte geben. Wir werden zum Beispiel im nächsten Jahr ein innovatives Datenerfassungssystem für Wasser- und Wärmezähler neu auf den Markt bringen. Und das wird sich durch eine extrem hohe Auslesegeschwindigkeit und Auslesesicherheit auszeichnen. Das war unsere Magazinsendung für diese Woche. Schon am Donnerstag sind wir mit den Nachrichten wieder für Sie online. Bis dahin, alles Gute.